Am heutigen Totensonntag wird in den evangelischen Kirchen in Deutschland an die Verstorbenen erinnert, so auch in Reutlingen. Hier hat die Vereinigung der Verfolgen des Naziregimes, Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten, kurz VVN-BDA, zu einer Gedenkfeier für die Opfer des Nationalsozialismus aufgerufen. In der Aussegnungshalle des Friedhofs unter den Dinten hat Ingeborg Gerhard, Vorsitzender des Verdi-Ortsvereins Reutlingen, eine Gedenkrede gehalten. Auch Oberbürgermeister Thomas Keck zählte zu den Gästen. Anschließend ging es nach draußen zum Mahnmal für die Opfer des Nationalsozialismus, wo zum Abschluss ein Kranz niedergelegt wurde.